Reusser Innendekorationen AG für das perfekte Wohnerlebnis. Unser kleines aber feines Familienunternehmen ist spezialisiert auf Vorhänge und Bodenbelege. Gerne beraten wir sie unverbindlich auch bei Ihnen zu Hause. Im Näh- und Polsteratelier in Rüfenacht setzen wir Ihre Ideen fach- und termingerecht um, in höchster Qualität und mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. In unserem Verkaufsladen im Bärenzentrum in Worb finden Sie ausgewählte Geschenke, Lederwaren, Wohnzubehör und immer viele neue Dekorationsideen. Reusser Innendekorationen AG – wir bringen Farbe, Leben und Freude in Ihren Alltag.